Hi Leute, weiter geht's mit letzter Retro-Pokémon, die Silberne-Edition. Wir sind hier im Einheitstunnel und machen hier jetzt mal weiter. Ein wildes Onix! Los, Level 8 weiblich ist es. Los, Tokepi, Scham! Und Heuler! Dann wechseln wir auf Voltilam. Erstmal ein Heuler. Und dann zermürben wir es mit Tackle. Ja, zermürben trifft es gut. Und es versucht auch uns zu zermürben. Ein Kampf der Zermürbung, Leute. Wer wird wohl den ersten Volltreffer machen? Okay, der Volltreffer war nicht sonderlich effektiv. Und da kam auch einer. Wir versuchen das dann noch, Leute. Vielleicht schafft Voltilam es mit mehreren glücklichen Volltreffern, das Onix zu besiegen. Oh, da trifft Kreideschei. Das könnte jetzt zwei Schadenspunkte verursachen, wenn wir Pech haben. Ja, jetzt versucht es zwei. Schaden einfach mal verdoppelt. Schade. Das könnten jetzt dann drei werden. Aber das Onix ist schon zur Hälfte besiegt. Das könnten jetzt dann vier werden. Vielleicht sogar fünf. Aber jetzt hat Kreideschrei keine Wirkung mehr. Hoffentlich macht es weiter den Kreideschrei. Nein, da kommt ein Deckel. Und wie viele sind es? Vier. Jeder Kreideschrei hat den Schaden also um eins erhöht. Ein Angriff fällt Voltilam noch aus. Aber jetzt nicht mehr. Schade. Kanemani, du bist dran. All unsere Pogbo sind fast besiegt. Aquaknarre. X-Abwehr gefunden, Leute. Das hatten wir schon mal. Ein wildes Zubat. Erstmal Scham. Und Pfeiler. Oder auch nicht. Oder auch doch. So, ich würde jetzt trotzdem Voltilam in den Kampf schicken, Leute. Der Angriff ist stark gesenkt und Voltilam kann Donnershock. Damit ist es sofort besiegt. So, hier unten sind wir fertig. Ein Kleinstein. Level 8 männlich. Das ist mal Scharm. Und Heuler. Und dann ist Kanemani dran. Heuer. Aquaknarre! Aquaknarre! Taus. Doet người taus. Also mal Scham. Oder kommt insult? Boah! samaıyor call. Ich verschuckt damit die Aodebuilder. Aufwecker gefunden! Juhu! Ein wildes Zubat! Level 5! Weiblich! Erstmal Charme! Und Heula! Da darf Voltilam wieder ran. Donnerschock! Und dann wird wieder geangelt, Leute! Ja, da hat er etwas angebissen. Ein wildes Karpador! Level 10 männlich! Da kann Voltilam problemlos ran. Ich bin ein kröpfer. Ich finde denи Johann Schuss arose. Ja! Nicht einmal angeknabbert. Aber hier. Ein Carpador. Level 10 weiblich. Ein Carpador. Nicht einmal angeknabbert. Wieder nicht angeknabbert. Aber hier wurde angeknabbert. Von einem Karpador. Level 10 männlich. Los, Voltilam! Donnerschock! Nicht einmal angeknabbert. Nicht einmal angeknabbert. Aber hier haben wir einen. Mit Licht jagt einem eine Höhle. Keine Angst sein. Bist du stark genug? Jagen dir Pokémon keine Angst sein. Feuer, Spukka, Uda möchte kämpfen. Besitzt ein Pokémon. Und schickt Wulpix in den Kampf. Level 9 weiblich. Los, Togepi! Charme! Drei Punkte Schaden. Gleich nicht mehr. Und Heuler. Zwei Punkte Schaden noch. Na dann, Kani Mani, du bist dran. Aquaknare. Feuerspukka, Ude wurde besiegt. Blitz! 432 Poketolle erhalten und ein Teil nach Hause geschickt. Das Feuer meines Pokémon erleuchtet diese Höhle. Na super! Danke! Angeln wir uns ein... Kapador! Kapador! Level 10 Männlich! Kapador! Level 10 Männlich! Und was kriegen wir hier? Ein wildes Goldini! Das kann zurückschlagen. Da darf ich... Wollte die Damen nicht kämpfen lassen. Also, Kani Mani, du bist dran! Super Schaden, Mist! Erstmal Silberblick! Ja, ging durch! Super! Und Raserei! Nein! Selbstverletzt! Neun Punkte Schaden! Und jetzt auch noch Routenschlag! Guck schon, Kani Mani! Raserei! Ja! Nicht sehr viel Schaden! Nicht mehr verwirrt! Sehr gut! Das Goldini greift an! Sehr gut! Der Kratzer sollte ausreichen, um es jetzt zu besiegen. Ja! Toggepi erreicht Level 14! Juhu! Dann ist Wolltele am an der Reihe! Nicht einmal angeknabbert! Und auf dem letzten Feld kommt nochmal ein Pokémon! Ein wildes Radversatz! Level 6 männlich! Leider, ich wollte die Damen da nicht wirklich kämpfen lassen, Leute! Also, kurz auf... Kani Mani wechseln! Einmal Silberblick! Ein Vollpfeffer! Oha! Und Kratzer! So, Leute! Route 33 sind wir hier! Geht aber nochmal kurz rein! Denn jetzt ist er wieder in der Position zuvor! Und wir können hier nochmal angeln! Nicht einmal angeknabbert! Na gut, Leute! Ist dann egal! Für heute ist nämlich Schluss! Wir sehen uns dann morgen wieder in der goldenen Edition! Ciao! Bis zum nächsten Mal! Ciao! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020